Mache deinem Vater keine Schande. Sei fleißig und folgsam, damit du ein schönes Zeugnis bekommst. Jawohl, Tante. Na, dann gib mir einen Kuss. Weißt du, schon im Echelschlafsaal du kommst? Ja, meiner sagt, die Frau dann kommt dann so. Da bin ich ja auch. Na, da verliebe dich mal nicht. Was zitterst du denn? Der Haushalt ist viel zu teuer. Die Kinder klagen schon über Hunger. Hunger? Die Preußen haben uns groß gehungert. Auf Schäden zu Anlag. Was uns not tut, ist Zucht und Ordnung, nicht Wohlleben und Luxus. Ich versuche, den Kindern Freund und Kamerad zu sein. Ilga. Was macht ihr denn da? Wir sprachen von der Mutter von Manuina. Sie sind Vorgesetzte. Abstand müssen sie halten. Wir müssen den Kindern das Elternhaus ersetzen. Die Mutter. Knutsch jede Abfahrt. Wunderbar. Was Sie Sünde nennen, Frau Oberin, das nenne ich den großen Geist der Liebe, der Tausendform hat. Musik 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 Musik